Ja, der Hansi kenne ich jetzt in- und auswendig. Ich meine, er war ja acht Jahre, haben wir irgendwie zusammengearbeitet. Wir bei der Mannschaft, die Spieler, haben auch sehr von ihm profitiert. Ich habe auch letzte Woche mal mit ihm telefoniert. Er war sehr gelassen und sehr ausgeglichen. Und der Hansi hat natürlich auch eine klare Vorstellung, was er zu einer Mannschaft mitgeben will. Der Hansi kann das. Der hat so viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen und so eine große Kompetenz und aber auch eine Empathie. Weil er mit den Spielern irgendwie gut klarkommt. Und von daher sind das die besten Voraussetzungen.